Lieber Herr Wilbichler, Sie haben uns heute ganz toll unterstützt mit einer ganz tollen Lesung. Was bedeutet für Sie Tarnenduft und Engelshaar? Wie sehen Sie den Adventmarkt? Der Adventmarkt zeichnet sich aus durch Echtheit, Bodenständigkeit, nicht auf Kommerz ausschließlich ausgerichtet und wie wir im Vorgespräch schon betont haben, ein Stück Heimat und ein Stück Geborgenheit. Was ist denn für Sie Weihnachten? Wie erleben Sie das als Autor? Weihnachten ist für mich eine Zeit, wo man noch mehr nachdenkt als über das Jahr, wo Einsamkeit eine ganz große Rolle spielt, wie ich es in meinem heutigen Gedicht auch bei Ihnen gehabt habe, wo ich in einer Form, in meinem eigenen Eingang, in einem neunstöckigen Wohnhaus, fünf, vielleicht drei bis fünf Namen und Gesichter verbinden habe können. hat mich das schon etwas aufgerüttelt vor Jahren und ich dann dieses Gedicht verfasst habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.